Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Montag, 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Einem Mann wurde einen Arm amputiert. Er ist ziemlich fertig damit, und er verliert seinen Job, seine Familie, er verliert einfach alles. Er ist total im Leben gefrustert. Er beschließt, auf eine Brücke zu gehen, um runter zu springen. Kurz bevor er springt, sieh wir aus dem Augenwinkel nach einem Mann wie wild herumtanzen. Er schaut hin und erkennt, dass der überhaupt keine Arme hat und total fröhlich rumspringt und tanzt. Darauf beschließt er, hinzugehen und ihn zu fragen, wieso er denn so tanzt, wo er doch überhaupt keine Arme mehr hat. Er geht weiter hin und fragt ihn, wie kannst du so glücklich sein, dass du überhaupt keine Arme, du tanzt da rum? Und der Mann sagt, nein, ich tanze nicht, mein Hintern juckt! Der Montagswitz. Das war der Montagswitz für die Woche. Wenn euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, teilt ihn auf eurer Facebook-Seite, erzählt an euren Freunden, habt einen guten Start in die Woche damit. Und wenn ihr ein Abo dalasst, seid ihr nächste Woche fix wieder dabei. Ansonsten danke fürs Dabeisein und schöne Woche. Baba!